was ist denn das für ein auto was ist denn das für ein auto ja klingt aber gut du auch v8 amg was denn für einer das heißt das weiß ich auch dass es ein amg ist da steht doch auf v8 aber das hat mir auch nicht weitergeholfen ich glaube das ist die c-klasse oder weiß ich nicht oder eine s keine ahnung kann ich nicht sagen dazu habe ich zu wenig erfahrung mit autos die aufnahmen auch zu spät gestartet davor hat er mir erst mal einen daumen gezeigt bensertreffen oder was so entspannte leute liebe ich die sind am geilsten drauf der hat auch eine geile frisur ja da guckst du ja mann da guckst du ja z800 lauter als amg ich kann aber echt nicht sagen was das für ein auto ist keine ahnung mann ich glaube ich habe keine ahnung von autos ja nur ja wenigstens entspannter fahrer so musste es Hallo-Roman? Hallo! Hallo! Hallo? 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 B stets klar. B stets klar. tschüss ah diese verfickte was ist hier überhaupt los anlieger frei, jawoll, toll was ist denn hier schon überhaupt los es war geil, ja warst du dabei? ja, ich war noch dabei freut mich, dass du gekommen bist ja, hat Spaß gemacht war ein bisschen zu viel ja, fand ich auch, fand ich auch aber, ich glaube, das nächste war noch noch ein bisschen zu viel ja ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele kommen, weißt du ich dachte vielleicht maximal 10-20 Mann aber waren dann doch irgendwas mit 50-60 ne, aber war ganz ok hat auf jeden Fall Laune gemacht außer dem Auffahrunfall ja, ich hab das nicht mitbekommen von vorne ich hab das erst im Nachhinein gehört ne, der hat sich verbremst weil alle, also die ersten Punkte noch überrot und der hat sich kurz verbremst weil der vorhin dann doch angehalten hat er ist dann hinten, war also nur mal schön ist der umgefallen, ne ne? ist da jemand irgendwie gestürzt dann? Gott sei Dank naja mach's gut mach's gut ach, war's gefahren ist er ne, was hat das für ein Kennzeichen? jetzt hab ich nicht drauf geachtet, war's gefahren? gefunden oder Peine, keine Ahnung ist er extra gekommen, fand ich ganz cool immer wieder nice der ist fett ja ja nicht schlecht ist das ein 6er Jahr, ne? bin ich auf Video? ja klar, bist du auf Video Alter, aber die Lackierung oder Folierung, keine Ahnung ich glaub das ist ne Folie die ist ja echt geil da muss man schon mal sagen ist jetzt nicht so meine Farbe aber dafür, dass es lila ist, ist egal abgewürgt der da vorne PP Performance, okay so jetzt müssen wir hier irgendwo mal rechts ran fahren ich will mal kurz aufs Handy gucken eventuell 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 werde ich jetzt gleich auf ne Shisha zum Kumpel fahren muss ich mal schauen das war ein geiler BMW muss man schon mal sagen muss man schon mal sagen jetzt sehe ich's mein Oberteil passt zu seinem Wagen er hatte das falsche Oberteil an aber sonst korrekter Typ soll der Taxifahrer nicht rumhellen weil ich hier kurz mich hinsetzen will ach komm mach mal Lenkerschloss raus brauchen wir doch nicht ich bin doch hier den schnappen wir uns den schnappen wir uns das gibt's ja nicht hab ich ja so lange nicht mehr gesehen Aventador ach du Kacke da müssen wir hinterher ich mach mal kurz nen Cut aber in realland klingt die noch viel geiler jaaa kannst du nicht vergleichen mit Youtube ich muss jetzt erstmal den Aventador wieder finden danke hast du gesehen wo der Aventador lang ist ja hast du ihn nicht den meine ich doch das war ein anderer ach so 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 ich bin hinterher gerast ich bin hinterher gerast der andere war ein Aventador ich hab halt nur gesehen weißt du ich stand gerade Klint R an mir vorbei ich musste auf den warten aber nicht gefunden Lamborghini verloren die 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 Oh